Ich bin da hingegangen und hab da außerdem draufgekloppt auf die Dinge. Und deswegen mach ich die Dinge mal kaputt. Ich hab sogar schon voll oft gelbe Sachen die besser waren als meines darin gefunden. Der Magier macht echt aufgrennen. Sagen am Anfang war ich ja echt skeptisch, weil ich Mage nicht so oft bin. Alter, wie viele denn noch? Viele? Ja, ja weißt ja, ich bin ja eher so der Hau-Drauf-Boy. Ja. Wie im echten Leben. Magda! Das haben sie dann neu gemacht, ne? Das war früher nicht so. Nicht ganz cool. Also der Weg dahin und so war schon so, aber der Bosskampf ist anders. Es ist Zeit zum Sterben! Das ist zum Beispiel neu. Oh, wie schnell die sich verwandelt haben. Das ist die Scheiße. Alter, da gibt's nur ein Problem. Der Parag is einfach zu strong. Woa! Okay, ich sollte vielleicht nicht stehen bleiben, wenn die so Scheiße auf mich drauf haben. Warte kurz, ich belebe mich. Aber ich kann mich nicht an der Leiche wiederbeleben, weil da im Bosskampf ist. Nein! Jason, du musst mich retzen! Ja, das hast du so einfach. Kill them and retz me! Oh, GG! Oh, GG, ey. Sorry, hab ich nicht drauf geachtet. Nein, wo kommt die denn her? Oh mein Gott. Boah! Ich komm nicht raus! Please, geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh mein Gott! Ah, okay. Einfach in der Ecke eingequetscht worden. Da sind wir wohl gewibt, würde ich sagen. Das ist natürlich nicht so schön gewesen. Oh, warte mal. Ich hab neue Levels, äh, neue Spells. Warte mal. Ach, Teleportation hab ich ja. Was ist das denn? Boomloch? Okay. Äh, was haben wir hier? Sollen wir kurz warten, bis wir mal A schauen wieder da ist? Wenn du nicht wieder stirbst? Witzig. Du hast recht. Witzig, ja. Obwohl, wir können eigentlich schon reingehen. Wird dann im Fight ready. Da muss die, am besten muss man die töten, ne? Ja. Ich hab einen. Ich meine, bevor die sich verwandeln, weißt du. Ja. Wir müssen die generell einfach vorher töten. Alter, diese Archon Gestalt, ey. Ist einfach so epig, ey. Zum Beispiel, die sind voll wie schlimm. Oh, fack. Oh, fack. Lass mich aus der Ecke raus. Ack da, ist gleich tot. Und wie viele Viecher hier sind? Nein! Ja, son! Toe sie! Die hat nur 6 HP. 6 HP. Waaah! Platz weg, du Arsch. Warte, ich rette dich. Jayson, das ist Dich. was war da los muss ich wieder alleine muss ich dich wieder hier carry einfach alleine schaden erhöhung nicht schaden erhöhung alter alles erhöht jetzt kann ich legendären ring abdrücken aber was ich in der hand hab denn dein schädel einen gelben schädel habe ich in der hand der versteckte lager zurück da können wir uns da porten bestimmt nein wir müssen laufen ich muss wird sich witzig ja so nicht du musst laufen das ist das versteckte lager ich wusste nicht mehr wo das ist naja wenn ich jetzt direkt mal verkaufen mein legendären gibt nur 600 gold werde ich lieber wieder verwerten glaube ich der legendäre ring ja wieder verwerte mal alle sachen glaubt nicht schaden blauen sachen braucht man zwar nicht unbedingt so weiter geht es würde ich sagen nah beisammen bleiben monster werden stärker werden mehr spieler blablabla alter ist ja ein ruckler hier was haben wir denn hier spiegelbild erhöht das leben eurer spiegelbilder 5000 leben hast du schon warte mal wie spät haben wir eigentlich 17 uhr ja okay ich werde mir da wahrscheinlich auch holen noch kurz was gucken lass sie durch komm ja moment okay mal kurz weil es guckt weil ich bin ja gerade am downloaden deswegen hab ich ein bisschen höheren pengen ich wollte gucken wie lange er noch geht was willst du denn runter im city mir gekauft bei kinguin mein partner kinguin wenn du das beruht machen wir hier keine schleichwerbung was ist denn das hier ist das hier schon belia nein kaiser hakon ist nicht belia mein gott machen die den schaden ey ich hasse diese viecher diamant haut 13 level noch dann hab ich mal legendary ich freu mich schon richtig darauf ja merkt man kaum du hast so beinahe jede 20 minuten einmal advanced nach jedem level ab 13 level 12 10 ey perfekt weißt du das ähm ich brauch noch 12 level dann hab ich meine legendary waffe was bei dir wäre es nur so ich muss mal kurz was gucken ich hab neun spell bekommen so ok auch ok wir fertig ich tiso raketen halt dieser magier schaden erhöhung leidung verringerung erhöht den schaden von hydra um 15 prozent what da wird sich meine hydra aber freuen oder oder war das doch so ne ja chance bei treffern neun prozent flächenschaden zu verursachen wir alle gehen oder gehen wir direkt weiter we kill everyone es ist zeit für den archon ja strahl des todes aber die kanonisation ist so scheiße 2500 dps habe ich hier aber ich bin schon wieder fast zur hälfte level ab aber ich auch krass oh der ist auch aufgestiegen die ressourcen regeneration ist erhöht ne boah ich verbrauch gar keinen hass mehr ne ich auch nicht ich kann die ganze zeit durchlasern ich kann die ganze zeit durchlasern alter alter ich verbruch einmal den hass zum aktivieren und dann gar nichts mehr jo ich kann echt also es ist wie archon gestalt hier gerade für mich ich kann echt komplett durchlasern einfach boah wenn ich jetzt noch die fledermaus hätte das wäre natürlich mega op boah wenn ich das hätte boah ach ich hab sogar schon gefährten ich hab die sogar schon lol ja gg gut damit dir jetzt erst aufgefallen ist ja so als würde ich nichts mitbekommen wenn meinst du der taillon äh ja erinnert auch einiges in den niedrigeren level schon glaub ich nicht oh oh ach komm NEIN ach ach oh gawd lass uns hier wieder beleben ne an der reiche einfach weggeplatzt ja ok easy i say easy warte mal kurz hab was neues bekommen arkane kugel funker freu nicht diamanthaut lebensgeschwindigkeit hab ich hier druckwelle erhöht den schaden eures nächsten arkanzauber für jeden getroffene gegner um 2% oder hab ich hier energierüstung wenn ihr von distanzangriffen besteht eine chance dass ihr fröhliche arkankraft aufs up i dont need this aufs truhe ah der gast und nicht das shit geld 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 wer braucht denn schon geld wenn man swag hat ja man hat ja erst richtig swag wenn man geld hat gehört hast du geld hast du swag oder was oder wie läuft das ja klar damage spells mensch perry kannst nicht mal gerade äh den richtigen weg gelaufen bitte ne kann ich nicht chaden dein instinkt ist halt noch nicht so ausgeprägt wie meiner dein diablo instinkt hm oh ich hab grad von 3 gegner verfolgen keiner hat mich getroffen selbes alter mit so wow gut sogar ein sockelplatz kann man ja in den ring rein machen schlecht besten irgendwas mit intelligenz ne topas muss ich mal nachher zurück gehen und nehmen topas zu machen ich hab auch noch drei plätze die ich sockeln kann er fügt mir wieder auf oh kommt jetzt hier ein boss oder was ja aber ein mini-boss so der einer der allerdings drauf hat ne ja meine archon gestalt ist einfach zu strong für den recht mit adria im versteckten lager na dann do it do it do it now da kommt der innere lefloid wieder aus dir raus warum do it now wow so ich weiß ja nicht was der das immer sagte ja du bist doch der floyd ja genau das habe ich gehört ja also die parallelen sind echt ziemlich identisch also wir sind quasi eine person ich muss sagen wenn man eure Augenringe vergleicht dann hat man auf jeden Fall schon eine gewisse du bist so ein assi ey du scheiß assi ey 26 intelligenz 34 mach auch mal da rein in den ring boah ich brauchst Maragde so dann lass mal weiter gehen die überfluteten Hallen ey die sind auch voll nervig ne ja Peric wait for me up go you go go poste ich hin aufs soldern cool oh god der dann der Hakan öffne die Tür Hakan so bin ich auch ziemlich suspekt dass so ein kleiner äh junge Kaiser ist ja nicht der der Hakan heißt ne dass er nicht Kaiser ist jason ja ich war die ganze Zeit weg du warst ja nicht auf mich erwartet wuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Archer gestellt Archer gestellt OP wuuuuaaaaaaaaaaaaaa nochmal solche damage dealer nochmal gekillt Boah wir sind zeitlich Level ab geworden jah weißt du das ist aber schockimpuls hydra blitz hüger da muss ich gleich mal reingucken ob das nicht nicht mehr ps sturm rüstung brauche ich nicht aber noch aber heidra mal gucken blitz hüger beschwert eine blitzschläge versetzt die macht ja mehr in der mensch wow ey nice perfekt nicely nice habe ich hier noch sturm rüstung muss man angucken drei weniger schock impuls sagen kugeln alles klar juhu ein buch über belial hast du ein buch über belial ja und dekard kane dem moron alter erst so gesehen er der kettenreaktion der einheit geplatzt sind alle geplatzt bing ping ping brennt fix oh weiter geht's sind schon an der oase bohr krass sind wir bei solang lüb solang cool brennt woher lauft doch nicht immer ohne mich vor müssen mage du musst hinten stehen eigentlich laser strahl des todes 3.000 dps genau so sind in den keller gegangen genau da achso schon rein lasern ich kann es doch rein lasern alter mein mage macht so einen damage ist das denn hier oben noch schlechter halten auftragen ach das händler ok der ist günstiger so gewinnen wir gleichzeitig verbündete und vernichten totales juch totales juch so ich hab mir jetzt mal 50 haltrenke gekauft nice sicher ist sicher beurrn beurrn beurrnt beurnt dududududu Oho. Oh ne. Der ist nervig. Aaaaaaaaaahhhhhhhhhh. Den darfst du nicht anballern wenn der gespielt hat. Der schleudert die Projektile. Soweit ich weiß. Dem aber nicht sicher. Ich meine ich bin mal an dem gestorben weil ich auf ihn geschossen hab wenn er nicht gedreht hat. Ich liebe das einfach an Diablo, dass das echt so ne Massenschlachten immer sind, ne? Ja. Das finde ich spaßig. Nicht immer nur so wenige Gegner sind, sondern echt so richtige Riesenschlachten, ey. Deswegen verstehe ich nicht, warum du den dritten Arc nicht magst. Ja, ich mag dieses Ice King nicht. Ja, jetzt hast du ne Blitzhydra? Ja, die macht ein bisschen mehr Damage, sehen wir noch. Eure Verteidigung ist nutzlos. Ich komm nicht mal aus der Ecke raus, da sind sie schon down, ey. Richtig OP. Muss einer überhaupt hin. Wir müssen eine Ruine finden. Apropos, wie beeinflussen die Paragon Level mittlerweile? 24 Lebensregenerationen, 12 Leben pro Treffer. Boah, immer noch viel wenig, ey. Vagabundentat. Krall. Erhöht den Schaden von Spektralking. Wir haben jetzt 36 Leben pro Sekunde, ey. Boah, ich finde mittlerweile echt ziemlich coole Sachen so. Naja, ich finde auch ganz coole Sachen, also. Das finde ich ganz coole. Boah, Alter, wenn einer platzt, ne, platzen die echt alle weg. Mach weiter. Boah, da fahren wir wieder hin. Nein. Boah, da fahren wir nicht direkt, oder? Alter, wie wir die weglasern, ey. Ich frage mich grad wieder, obwohl mit zwei Mages wär, ey. Oder mit vier Mages, Alter. Vier mal diesen Strahl, ey. das ist ja echt ja das folgen wenn du abtimes hast ja die frost nova ist ja voll op dann kannst du ja permanent stunden oder aber ich weiß nicht da würde ich dir nicht mit mehreren leuten spielen oder erst mal 60 so spielen dann keine ahnung weil das bestimmt hart wenn du zwei einfach alle schaden bekommen ja gut aber dafür hast du halt auch den killer der menschen mein co wir spielen hier offen ohne scheiß das wäre so easy das geben wenn wir auf dem normalen schweigkeitsgrad spielen würden ja klar das wäre so sinnlos da würde überhaupt kein spaß machen mein mag da war ja jetzt schon nicht schlecht beim normal schweigkeitsgrad steht ja auch für neue spieler oder für die die vor kurzem das wieder angefangen haben mein gott bisschen mehr als danke ich bin verwundet und meine ausweich chancen mittlerweile schon so hoch das kann ich leider nicht tun weiter mit diesen dingern so krass ausweichen ja echt nichts gedroppt alter nur so ein blauer shit oder ja ich habe sogar noch was gelbes bekommen oben ist noch mal so ein gelber mob warum peric ich habe noch kein hass warum greifst du denn an ich habe dafür genug hast für uns beide nein der ist mir ok ich bin echt fies wenn die explodieren die machen mega schaden und drei blaue sachen wow ein gelbes habe ich gegeben der holt sogar den schaden aber schaden mit hydro ist einfach op aber ich werde die arm schienen gebrochen das ist gut der oasis ist einfach riesig ne ja später die wüste wird noch schlimmer also gibt ja noch in der erden ist aber ich glaube der täppe müsste irgendwo am rand sein auf jeden fall der war drin ja wackelloser topas mit dem dinger bolz auf stil bolz auf stil er ist richtig ich bin das witzig diese elite mobs die quest gebunden sind die halten echt immer richtig wenig aus die einfach so rumlaufen das kann doch nicht geöffnet werden hä was sind wir hier falsch ja anscheinend schon ok hä ich dachte eigentlich wir wären hier richtig hier eigentlich auch merkwürdig ich glaube die richtung stimmt schon mal gleich schon wieder level ab zwei beiden noch witzig ich will da ich will da ich muss mich aus demゃsach rauslaufen 1.800 dps gekommen jetzt standard 1759 schlecht bei mir steht 1600 ok 1700 eigentlich das ist irgendwie 290 oder so ach so ich habe eine neue dinge freigeschaltet ja ich habe gerade geguckt ich habe nämlich nur eine ruhe bekommen deswegen will ich gucken was da ist ja perfekt hello guck da mal so lange nach dem download mach das fast fertig was gibt es denn hier irgendetwas tolles was wollte ich jetzt machen ach so ich wollte ja mal die neue passive gucken genau kaltherzig gegner die von euch unterkühlt oder eingefroren wurden erleiden während der dauer des unterkühlens oder 10 prozent mehr schaden aus allen quellen das habe ich schon gehabt wenn ihr gegnern feuer schaden zufügt werden diese mit einem brand effekt belegt der drei sekunden lang ihre chance getroffen zu werden um 6 prozent erhöht ist das hier feuer schaden ne ist arcan schaden und der hydra macht auch keinen feuer schaden richtig geile sachen gut alles klar ähm was haben wir hier meteor haben wir jetzt ein neues dinge reduziert die wirkkosten ok haben wir hier arcan flut legt arcan eminen die nach zwei sekunden scharf sind alles klar dann äh ja würde ich sagen machen wir erstmal eine pause hier jason jo wir haben jetzt wieder einiges geschafft sind schon level 34 jetzt du bist sogar schon 35 richtig krass und ähm ja dann würde ich sagen wir uns bei der nächsten runde bis dahin schreibt wieder fleißig in die kommentare hau rein ciao